Moin moin liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge A Way Out mit mir Playgestalt und ITOUCH! Hallo! Hallo! Geh durch! Neuer Tag, neues Glück, die Session von uns gestartet. Wir haben ja jetzt nur zwei Folgen aufgenommen. Macht aber nichts, dafür waren die umso uninteressanter. Haha, super! Kann ich mit etwas helfen? Ja, ich brauche etwas Veränderung, um eine Telefon zu machen. Oh! Sorry, aber du musst erst etwas kaufen. Oh, was ist denn hier los? Oh, ich guck mal, vielleicht hat der gute Mann hier irgendwelche Empfehlungen. Ist das jetzt Zufall, um ehrlich zu sein? Hm. Oh geil, ich kriege ein paar Girlie-Magazins. Hm! Oh, toll, fünf Zigaretten. Ich wollte die geile Hütte. Das war wohl nichts. Und du? Da stehst du wieder in den oder was? Ja, ja, das ist was ich am besten kann. Echt? Ja. So. Kann ich mit denen auch reden? Stimmt! Nein! Warum? Macht sie denn einen Fehler? Ist sie ein großer Fehler? Ja! Natürlich ist sie! Nein! Du hast mit meinem besten Freund gesessen! Oh ja! Ist das wahr? Ja, aber es war ein langes Mal vor. Es war schrecklich! Ich meine, sie war Fridget! Das ist kein Grund, ja? Sorry, du warst auf deinem Weg. Danke! Thanks a lot! Ja! Was hast du bekommen? Ein Tittenmagazin! Nee, gar nichts! Haha! Das ist natürlich doof, ne? So, dann geh mal ins Telefon! Ich geh mal ins Telefon! Oh, was ist denn das da oben? Oh, ich kann hier treten! Cool! Oh, es geht! Cool! Hast du nicht? Ich habe nicht gemacht! Wo sind wir hier eigentlich? Weiß ich gar nicht! Ähm, keine Ahnung! Ähm, ja! Könnt's sein! Ähm, ja! Gerade! Es ist, ähm, leider, äh... Definiert zwar jetzt irgendwie wenige... ... ... ... ... ... ... ... ... Wie? Oh! Wer ist das? Hallo? Hallo,olin,紧renz! Danke! Hey! Ich muss irgendwo helfen, das ist gut. Mhm, nach Mexiko bestimmt. Oder? Für Harvey? Oh, jetzt erfährt er das mit seiner Frau erscheint. Oh ja. Er spricht mit irgendwem, der nicht seine Frau ist. Aber die andere Person scheint mit ihr in Kontakt zu sein. Aber wir werden, glaube ich, von Harvey ja eh noch ziemlich gefistet. Nein, den fisten wir. Was wir machen, ist, dass wir uns wohl fisten. Oh Gott. Seine Frau. Als ob das irgendwie wichtig wäre. Ich finde die laufen ein bisschen versteinert, oder? Da, so ein bisschen. Was ist ein Stock im Arsch? Ganz leicht. Ja, wobei, das könnte durch den Knast kommen, ne? So, jetzt rede mit mir, Mann. Richtig doch. Oh oh, jetzt kommen die Harvey Jungs. Hoffentlich haben wir die Knarre noch. Na klar, hör mal. Hast du übrigens den Titel von, ähm, Paukino gesehen? Und was? Paukino. Boah, der anscheinend einfach. Nufft. Hehehehe. Okay. Fine. War das Kino der Titel, wie hieß ich? Haben wir vorhin mal gesehen? Das ist mein Wife. Oh shit. Uiuiui. Was für ein Noob? Ey, der hat eine feile Schussbahn ohne Probleme. Alter. Wie lauf ich denn? Ich glaub, das ist Tims Kartoffel-Amy. Hehehehe. Pass mal auf, ich liege hier eine Melle. Ich sag doch Kartoffel-Amy. Du, ich hol, äh, du holst wahrscheinlich das, das, das... Lauf! Was, was muss ich machen? Was muss ich machen? Der schießt auf uns! Renn einfach! Los, mach was! Dankeschön. Halt zu. Ich mach mal hier zu. Ey, hier gibt's Gaspacho. Ich hab's mir kaum vorstellen, dass wir da hoch müssen. Aber wo sind unsere Waffen? Wir haben da extra welche gekauft. Geh da hoch. Mit teuer Geld. Geh da links hoch, Mann! Wo? Da, jetzt rechts. Jetzt rechts. Geh auf die scheiß Treppe da rechts, Mann. Wir haben keine Zeit. Der Typ kommt. Ja, ha. Oh, oh. Und jetzt? Oh, Mann, Alter! Wusste ich nicht da runter? Na, du musst auf die andere Seite rüber. Achso, okay. Jetzt fisch dich. Komm, feuer. Also, ich bin ja doof, ne? Aber der andere ist auch doof. Komm her! Ich hab ne Axt gefunden. Ich hab ne Axt gefunden. Hä? 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 Das bringt ihm doch alles nicht. Die Tür wackelt. Oh nein, er hat aufgemacht. Oh nein, er hat aufgemacht. Und schnell rein. Oh nein, er sieht uns! Oh nein, er sieht uns! Hallo Kim, wie geht es dir? Hey Kim! Jetzt ist er auch Teil dieses Spiels. Oh mein Gott. Ist klar, dass er sofort weiß, wo wir sind, ne? Ja, wie geil diese Kamera auftragen. Wir müssen parallel. Ich muss schieben. Ich muss, ähm, hinten rein. Ich glaube, wir müssen beide schieben. Ach, du musst auch? Wirklich? Okay. Immer schön weitermachen. Immer schön weitermachen. Immer schön weitermachen. Immer schön weitermachen. Schieben, schieben, schieben. Schieben, schieben, schieben. So, kommt das was. We can't control the next one from here. Get behind it. Plattform schnell? Okay. Nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Nicht zu schnell. Guck mal, ob der auf dich schiebt. Nee, er schießt auf dich. Er hat einen Arsch offen. Ich mach ihn fertig. Wuhuuu. Los, mach was. Ich hab ihn vom Schießen abgehalten. Komm runter. Ich bin doch dabei. Hilf mir doch. Boah. Oh nein. Oh na. Oh nein. Hol euch die Knarre, Jungs. Den hau ich kaputt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alter, Alter. Jetzt hol die Knarre. Ich kann grad nicht. Tipp in. Tipp in. Ah, ich bin so schwach. Tipp doch mal. wir haben ihn gekillt nein das war ein betäubung sein sehr gut also wenn das habe ist besser mann ist dann kann man eigentlich auch zu dem einfach mal herrisch in der hospital was der problem we just had a baby dass du mit einem riesen zink und verstehst das aber auch gar nicht ich kann das nicht riechen viele können dich nicht riechen aber du kannst definitiv alles riechen ich rieche deine scheiße nicht stark nach salami haben die eigentlich überhaupt kein badmux also über die ganze zeit okay dann geht's ja ich muss mich auf dich verlassen können wolle hast du gehört ich muss mich immer auf mich verlassen können hey lass doch die knarre nicht liegen und auf wem muss ich mich verlassen jetzt ich muss mich auf dich verlassen können du musst dich auf mich verlassen können klar hallo ah das ist der flug ja dein erstes kid mit 43 ist doch mächtig spät nein ich wollte einen lange Zeit im bankensektor gerade in kein Zeit sicher docking I didn't mean it in a bad way you know but yeah anyway it's a great thing watching a kid grow up yeah I can imagine it is yeah he had a good job now because he just didn't get any help from the growth hmm let's see what kind of problems you have Carol is the love of my life I don't understand why I always wanted to have a child what is it? we tried for years oh every time we failed it was like a part of his died I? oh no! and when it finally happened that day when we found out that kid was schwarz we had never been so happy then everything went to hell oh, everything went to hell yeah, that's where you went to hell man yeah okay, thank you yeah that's how it is oh, that's... uh, I don't want to go to you the black screen of death cool oh, garden hill medical center I don't know, they seem pretty straightforward to me alright I don't know, they seem pretty straightforward to me alright I want to visit my wife my wife is just buried shit man sorry I'm not uh, I said my wife is just buried then I know at least that we have to be in a circle or something congratulations, sir thank you so, uh, which way to the maternity ward just, um, take the elevator to the top floor and then follow the signs yeah, thank you that's good in the elevator in the elevator, no? oh, look here where's your elevator? oh, I would say... here no, that's not an elevator no, that's not an elevator he said to the elevator elevator is egal no, we'll come back there are a lot of families here we can talk about this yes, I would say that hello, do we have three of them? we're twins we're twins oh my god damn, that's really cool what's so cool about that? I don't know, having someone looking exactly like you could come in handy like how? you know if you do something bad you can blame me on the other one yeah, see? that's exactly what she does all the time no, I don't yes, you do oh, you do I tell you a lot of violent fight oh, I'm scared I want to go home oh, you will I will, as soon as the doctors have to look at you but I'm fine youngеры hör auf zu onanieren that's make blind and make, and make haare on the finger Oh mein Gott! Blöd! Ich frage die alte nochmal Leg mich am Arsch, weil ich bin ein richtiger Super-Vater Ja, sehr gut Was hat er gesagt? Oh, der Bauchschmerzen hier Ah, die Elevators A und B stehen da Ja, ich seh schon Hätte man vielleicht aufpassen können, ne? Haha, ok, komm, ich werfe ihn mal vor, er simuliert Oh, fuck you Oh, fuck you Ja, komm du Penner Hä? Pisser Nein, 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 glaub mir, ich bin gut Let me guess Car accident? Ja Der dritte in 6 Wochen Der ist ja schlimmer als du, Alter Ich würde sagen, das ist Pastor Maldonado Haha Sooo Ich finde er ist so alt Ich weiß nicht wie alt sie sind, deswegen kann ich es nicht sagen Wie alt bist du, Herr Wenn du mir nicht sagen kannst Darf ich mir eine Boxen? Nein Nein, nein, nein Ich bin 81 81, du bist 89 Oh 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 Okay Oh mein Gott 89? Maybe ich bin zu alt, um zu fahren Maybe du bist Sehr gut Sehr gut Stattisch heiße, ich sollte nicht zufrieden werden Du bist? Ja Ich weiß nicht, was es ist, aber du musst definitiv entfernen von mir Ich hatte einen Freund, der war ein Hypochondriac Ich bin kein Hypochondriac Ich bin kein Hypochondriac Ja Toll eigentlich Das ist mir ein richtiges Leben kombiniert jetzt Was? Are you serious? Can't you see, I can hardly move it? Oh Darf ich den Arm mal bewegen? Hehe Wahrscheinlich zu hart gerubbelt Hahaha Oh, ein Spielspiel Oh geil, da mach ich mit Hehe, viel gewinnt Hehehe Blech ab, blech ab Ich muss erstmal dem Mann sagen, dass er auch seine Frau hören soll Weil wir alle wissen, sobald man eine Frau an seiner Seite hat Seht ihr nicht an einem Doktor, um zu sagen das Just some common sense Hehehe Thank you Ich glaub ich muss niesen, aber jetzt ist er wieder irgendwo verreckt Hehehe Oh man Oh man Alter, der muss ja mächtig gerubbelt haben Hast du was gesagt? Oh, ja, komm her Taktikspielchen, da bin ich denn Hey Vincent, let me kick your ass in this Nein Nein Oh geil, viel gewinnt, hab ich so lange nicht mehr gespielt Ja, ich auch ne Ah, der erste Zug war schon ein Genius Hehehe Hehehe Ich krieg dich man, komm her Was wird er tun, was wird er tun, was ist der nächste große Zug? Ach scheiße, das geht ja gar nicht BAM 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 Hehehe Hehehe Das war ein Sch... Die Hose Haha, gewonnen Nein Doch Hehehe Ah, genutzt You are lost You are lost You are lost Kann ich da eine Fünferreihe aufbauen? Da hättest du machen können, was du willst I emerge victorious Oh, we are one Was? Ja eben, deswegen Okay Weil ich einfach draußen bin Tja Das ist immer schwierig als zweiter Ja 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 Das war ein bisschen Ja Das ist ja nicht. Und gewonnen. Ja. Aha! Ah, ich bin ein richtiger 4-Gewinnspiel, Bro. Fertig, Mann. Wohin setze ich denn jetzt? Ich könnte ja natürlich auch hier hinsetzen. Tja. Und ich habe gewonnen. Ich bin der Master. Ja! Okay, aber ich würde sagen, es ist langweilig, oder? Ja. Abbruch! Ich hab dich fertig gemacht. Na ja. Beim nächsten Mal mach ich dich fertig. Du hast ja im Runterholen gewonnen, oder was das war. Da gewinn ich immer. Hä? Du brauchst mir nicht sagen, ich stehe schon hier drin, du Nase. Wait. Hello, Sir. How is life? Haben wir wenigstens die Waffe mitgenommen, mit dem Schalldäpfer? Ja, natürlich nicht. Kollege. Wir hatten hier eine Waffe mitgenommen, nur die Waffe mitgenommen. Ja, die Waffe mit Schalldämpfer. Ja, die Waffe mit Schalldämpfer. Lass mich das erzählen. Nein, ich glaube nicht so. Hm. Ich mach das schon. Okay. Whatever. Hoffentlich haben wir noch den Bunsenbrenner, oder was? Nein. Oh, der will ihm eine ballern. Der Typ hat einen Schnauzer und einen ziemlich gatte Flügel. Der ist ziemlich gatte Flügel. Der ist nicht so gatte Flügel. Der ist nicht so gatte Flügel. Äh, wir sind da VIPs. Na gut. Wie immer. Ich will zu meiner Frau, wenn wir ihn jetzt nicht umgeschlagen hätten. Tschüss. Ich hätte ihn lieber umboxen sollen. Natürlich. Ich finde das smarte von uns. Ich bin mehr nervös. Entschuldigung. Ich war nervös, aber nicht mehr. Du bist gut. Maternity ward, Radiologie, Rehabilitation und IC3. Was ist rechts? Also. Ich geh nach rechts. Ich geh nach rechts schon. Alter. Wettrennen, oder was? Ja. Ich bin wirklich gut an... Du weißt was? Diese Dinge werden dich töten. Wow. Haha, geil. Das ist ja cool. Wir sind ja... Oh, ich bin sorry. Ich wollte es nicht sagen, so zu sagen. Aber du hast es. Ja, wieder. Ich bin sorry. Warum? Warum weißt du dir egal? Du weißt nicht. Das bedeutet nicht, dass ich dich nicht sorry für dich fühle. Habe ich mir... Alter, ist das schwierig. Ah, mein Back. Alter, das macht voll Spaß. Also, während Aytat hier rumbalanciert, würde ich sagen, machen wir Pause für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch auf dem Kanal seid, ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao.